hey und willkommen zu einer neuen folge von oktober slither die wollen immer noch dass ich auf ein event gehe ich will aber nicht ich habe ein neues handy oh ja kalender es ist ja 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 gut ist in ordnung aufrüsten kann ich gleich die hauptplätze noch besser machen und platziere vier jobs ich habe das schon erst mal können es ist ich es geht weiter da wo ich aufgabe ich gern mir wieder alles 120 zoll monitor dann fett ein pc und alles aber ein 21 zoll monitor einen versteht sich einen nach 36 kopfhörer ja komm die hab ich dabei die bauchtasche mikrofon ja kommen können und das ultra premium ja ja das war es gut ich akzeptiere wie viel geld habe ich ausgegeben fast alles ok wie viel geld habe ich ausgegeben fast alles nintendo und ciu warum schadet das wie kommt das jetzt auch mal an mir in der zeit jetzt ich probiere die bolognese und gehe mal schlafen und öffne alles was ist das für ein pc da hat er gespeichert ich was willst du ich will in kein kino ergebnis entzeigen kosten für videos es gibt kosten für videos aber wahrscheinlich durch die bewerbe öffnen kann ich noch gar nicht ok ich mache jetzt mal neues game ich mache ich mache jetzt mal normales video moment ich muss jetzt mein spiel ich muss jetzt meine spiele kaufen die spiele sind schon wieder alle beschleunigen bitte schneller ich habe pinke kopfhörer da wollte ich gar nicht hin aber es gibt was neues aber noch nicht ich wollte menü am atzing on denn das könnte ich mir bin ich mir ich bin mir da und das geht mir auch ich mir ja öffnen wir öffnen erstmal alles wenn das sind können die nämlich auch schon mal video aufnehmen du nimmst zu ich hab doch hier eine preview schon zugemacht kann man gut an weißt du nochmal öffnen du gehst an pc 2 du nimmst ein video auf zu diesem spiel preview an pc 3 ja du wiederum nimmst ein video auf zu diesem spiel gameplay an pc 3 3 bitte 4 ja ich packe erstmal alles weiter aus so ja jetzt bitte bisschen schneller nein sie drehen schon wieder durch ok denn ich nehme das video ja er ist durch gut zu den spiel nämlich ein gameplay auf manchmal selber wie damals 3d to video ok das ist wie ein lautsprecher außen filter und mono damit starten das ist ja so kacke keine ahnung so ok 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 gut ich nehme ich ja ich werde emotional ne ist wiederholt sich wird sofort emotional mal wieder ein video so aufnehmen dann lustige kritik ja ich brauche nun wie auch ein bisschen schauspielpunkte so dann gibt es ich werde richtig zum pro gamer mal wieder mörderischen blick gibt es hinterher oh schneller ich will äh ja lustigen kommentar spiele intro er versteckt das item gefunden ok ok äh daraufhin werde ich wütend weil wie gesagt warum nur eins ich will denn zwei also wenn schon dann richtig fachlicher kommentar kommt aber hinterher so jetzt ist dann kommt nevig kritik naja weil ich kann ziemlich nevig sein äh dann kommt ja mvp komm komm rein hier warum man da schauspielpunkte so zwei ich krieg die nicht voll warum ich bin enttäuscht deswegen hinten laufen Leute rum dann mach ich halt ne winkende Verabschiedung so so und jetzt geht es an schneiden so es ist das kommt da hin ne ne ich klicke das gerade einfach nur irgendwie erstmal rein also nicht nicht wundern so fertig aber ne das ist Müll dann kommt die was darin ah lol 20 renderpunkte ne eeeh eeeh ja 28 renderpunkte hab ich ich eeeh 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 wo ist es hin Daumenpid verwenden, verwerfen, dann das müssen wir noch hier mit uns auch fertig, auch veröffentlichen, neue Rekord, okay, geringe Bedürfnisse, ja geh schlafen, dann ist zum Beispiel die Bolognese, du bist fertig mit dem Video, lad das Ding auch, ja ich esse sowieso gerade und alles, du bist fertig, du bist auch gut, dann lad das Ding auch mal hoch, du bist auch fertig, gut, dann lad das Ding auch mal hoch, Alter, ich bin fast bei der Melle, okay, Wie viel habe ich denn monatlich ausgaben, 2,8, oh ich habe schon der 7, oh ja gut, möchte ich endlich irgendwelche neue Karten schon wollen, nein, nein, schade, okay, Ja Junge, geh schnell zum Essen Junge, schneller Ja So, jetzt ich will Nicht Noch Minusabonnenten damit, okay Jetzt das Video bewerbe ich jetzt erstmal Das hier bewerbe ich auch Was, äh, äh, was, was, was für eine Sprache spreche ich da? E3, okay, E3, ja Okay Kann jetzt sein, dass mein Typ dumm ist, oder so Arbeiten, ich kann arbeiten gehen, komm, nein Das bringt ja gar nichts Dann bin ich mit dem Video schon viel mehr auf, äh, ein Tja, alter, 2,6 Abonnenten, neu Okay, aber Nein Kanal Insgesamt verdient 969.000 Wenig, ich habe tatsächlich gedacht, dass ich habe mehr Übkarte Business Club Aufrufe Ja 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 Ein bisschen mehr Ein bisschen Ja, ich soll 300.000 Aufrufe für einen Monat haben Ich habe hier Millionen Hab ich hier schon mal wieder aufgestiegen? Ja, weiter, wer ist denn hier über mir? So, ja Das ist Ja, ich bin hochgegangen Ja Vor ein paar Ich glaube noch nach dem Video ist hier Ja, dann ist es glaube ich so weit, ne Aber Das sind wir uns in der nächsten Folge Denn, jo Ich, ich, ja Da geht es nämlich Ich gehe jetzt da vorne hin Zur Tür Ich gehe dann raus Ich möchte nicht, schade Äh, ja Ich bin letztens eine Bewertung da Schaut doch bei den anderen Videos vorbei Und Ja Ja Bis Spaß mit denen könnt Ciao Ja Ich gehe dann aus Ja Ja Ich bin letztens eine Bewertung Ich bin letztens ein Jahr Und diesmal ich bin letztens ein Jahr Und das ist ja Ich bin letztens ein Jahr